im reich der kleinen miniaturbäume geht es heute munter fröhlich weiter hallo meine lieben bonsai freundinnen und freunde ich muss die belichtung noch anders einstellen aber so ist es heute bewölkt aber es ist einigermaßen warm so womit fangen wir heute an wir machen erst ein paar kleinigkeiten würde ich sagen bevor wir etwas größeres machen und zwar nehmen wir unsere forsyzie und die werden wir heute mal gemeinsam bearbeiten und einige andere sachen auch noch was genau weiß ich nicht weil ich habe gerade schon geguckt und dachte mir das machen wir 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 und das machen wir aber erstmal mache ich was für euch jetzt es gibt viel zu tun im reich der miniaturbäume so wir werden wie gesagt hier gleich ein kleines bisschen was dran machen nicht so viel aber dass ich ihn fertig kriege so die kastanien die ich mal mitgebracht habe liegen immer noch im wasser übrigens auch die forsyzie hier da gehen wir gleich auch dran die war ja am kaputt gehen gewesen aber mittlerweile sieht es wieder gut aus richtig stramm also war die vermutung doch die ich hatte naheliegend dass hier eine katze ja das bäumchen ständig markiert hat und das war nicht so gut das mögen die nicht das mögen überhaupt keine pflanzen so hier stehen noch ein paar seemlinge drin die wir mal reingeschmissen haben hier ist noch ein fahren der liegt seit letzten sommer hier drin im wasser den wollte ich mal irgendwo eingepflanzt haben und dann habe ich ihn liegen lassen um mal zu gucken ob er dann naja ich war habe es nicht geschafft deswegen aber mal gucken ob er dann noch wieder kommt wäre interessant auf jeden fall ist hier schon mal grün zu erkennen auch eine tolle sache so ich würde gerne den schneiden man nicht hatte ich ja schon erwähnt er darf dieses jahr wachsen ich würde gerne ans apfelbäumchen drangehen hier da gibt es einiges zu tun aber ich habe da mit mir denn hier möchte ich keinen wurzelschnitt machen weil er sich schon kräftig im austrieb befindet und auch gerade blüht und das wäre sehr schade ich sehe gerade hier ist eine raupe drin wahrscheinlich ja mit sicherheit sogar gucken wir ja guck mal da ist eine raupe kannst du die sehen ich kann immer kleine stück näher dran zoomen jawohl kann man siehst du wohl du hast da nichts zu suchen du kommst da erst mal bei weg so ja genau dann machen wir das einfach so okay blub blub ja ist nichts nutzt nichts so an den apfelbäumchen würde ich auch gerne dran gehen hier das ist eigentlich auch so ein lernprojekt was es hiermit auf sich hat werden wir heute wahrscheinlich nicht sehen in einem der nächsten filme das wird nämlich mega interessant werden das starten wir gemeinsam so bei unserer fichten lerche kurz vorbei vielleicht kannst du jetzt erkennen anhand der nadel es ist tatsächlich eine fichte lange dünne nadeln ja also ich denke man kann es erkennen eigentlich sogar auch an der rinde so ein bisschen nur ja das nebenbei so ich sehe gerade nebenbei dürften wir hier schon mal wieder pinzieren das doch schon kräftig im austrieb muss ich sagen tolle sache das mache ich jetzt auch just mal eben mit dem fingernagel das hatten wir letztens schon mal gemacht aber der ist schon wieder kräftig ausgetrieben einfach mit dem fingernagel abzuppeln und ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen so ok rest mache ich gleich will nicht zu lange aufhalten den hatten wir ja pinziert hier und dann würde ich sagen ja legen wir jetzt los mit unserem bäumchen hier wo ich habe ganz viele tolle projekte mit euch vor aber eins nach dem anderen müssen erst mal gucken dass wir wenigstens halbwegs hier fertig werden mit dem bäumchen die noch raus müssen und rein müssen aber ich glaube damit ist jetzt auch bald vorbei ok wir nehmen ihn jetzt zurück denn ansonsten ufert er uns aus und wird einfach zu dick denn der kronenbereich ist eigentlich vom habitus her ok ich will mal gerade gucken hier ist ein ast den werde ich nicht pinzieren und zwar diesen hier den lasse ich raus wachsen damit hier die lücke so ein bisschen noch geschlossen wird die ist ein bisschen zu weit offen aber ansonsten ja wie gesagt wenn wir erst mal pinzieren dann müsst ihr sicherlich auch einiges schneiden also von den älteren ästen sage ich mal ich schmeiße das jetzt erstmal alles auf dem boden aber ich kann jetzt nicht beides auf einmal machen weil ich wieder mal wieder von hinten gucke und dann sehe ich nicht was da wirklich sache ist und da wir jetzt schon laub drauf haben ist es auch ein bisschen schwieriger also eigentlich ist es nicht schwierig aber zum filmen das meine ich zum filmen ist das schwierig von daher wenn wir erst mal pinzieren hier haben wir jetzt beispielsweise zwei äste die beieinander liegen sollten nicht zu dicht ineinander wachsen und von daher gucken wir das war gegebenenfalls mal den ein oder anderen wegnehmen das werde ich in dem fall jetzt hier machen so dass das also ein bisschen luft dazwischen hat das ganze ansonsten muss er gucken wie die form gegeben sein soll ob er eckig werden soll oder oder ründlich oder wie auch immer aber hier ist das ziel nun mal jetzt ihn einfach klein zu halten erst mal und alles andere hätte ich schon vorher machen müssen weil man sieht es dann besser und jetzt kann ich dir leider nicht ins mit mit dir nicht ins detail gehen immer auf den hier ja den pizieren wir auch erst einfach nur so das mache ich jetzt einmal rundherum jetzt haben wir hier den einen den ich vorhin sagte den lassen wir wachsen damit sich die lücke schließen jetzt haben wir hier ein der ist weiter im hinteren bereich und ja soll ich sagen der ist einfach zu dicht hier an in dem sinne mit dem bereich und das gefällt mir nicht und daher nehme ich den jetzt weg ich hoffe man kann es erkennen dass das nicht zu dicht komplett zu wächst und wir irgendwann so ein bisschen struktur in die ganze geschichte wieder rein kriegen oder überhaupt rein bekommen in dem zuge nehme ich auch den hier hinten weg den belasse ich auch nicht der kommt auch weg moment einmal umdrehen dass du das auch sehen kannst jetzt muss ich wieder von hinten schneiden so kann man das eigentlich sehen ja da nehme ich den jetzt weg auch wenn ich jetzt nicht sehe wo ich schneide ich nehme ihn erstmal weg so und dann schneide ich jetzt einfach nach der kam sowieso von unten von daher kann der weg hier genau dasselbe jetzt auch so ein stümmelchen was von unten kommt nehmen wir auch weg und was dann in dem zuge trocken ist nehmen wir auch weg ok jetzt hier ein bereich der ist scheinbar trocken das ist der hier sind keine blätter dran genauso wie hier auch also an den beiden ästen hier sie sind aber noch grün von daher lassen wir die jetzt noch dran ich denke mal dass sie noch austreiben werden ja es ist schon ja hier haben auch noch die alten blütentriebe mit dran die nehmen wir auch weg hier die rauben nur unnötig kraft beziehungsweise braucht man nicht denn samenbildung ja ist jetzt in dem Sinne nicht gewollt bei den bäumchen hier mir ist auch noch nie gelungen die samen die sich mal entwickelt hatten ja zum keimen zu bringen ich habe es schon versucht so jetzt ist einer hier sehe ich gerade auch das sind mehrere moment wir machen jetzt einfach weiter pass mal auf das ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen ist so ich kann es nicht ändern mit laub ist das immer so eine sache so wir haben hier einen trieb da sind oben blüten dran gewesen mehr kommt da im moment noch nicht und hier geht ein trieb nach oben der kleine hier den nehme ich mal komplett am ast weg hier damit wir auch hier so ein bisschen wieder ja ich sag mal so luft rein bekommen jetzt muss ich hinter die kamera greifen so pinzieren wir den mal eben dann nehmen wir den hier aus der achsel raus dann haben wir schon mal ein bisschen luft wieder da drin von zeit zu zeit sollte man das mal machen hier müssen wir jetzt gucken in dem bereich wo ich vorhin schon sagte wo die beiden sind hier die noch kein grün haben ob da jetzt noch was kommt oder nicht kann ich noch nicht beurteilen die sind noch grün die äste von daher aber insgesamt sieht das jetzt ein bisschen mickerig aus hier nicht so dolle ja aber da kann ich erstmal nichts machen das belasse ich erstmal so dass da jetzt was wegzuschneiden bringt nichts weil dann ist ja noch weniger da lol ja ist so dann macht das jetzt nicht wirklich sinn aber hier können wir vielleicht dann doch noch das eine oder andere wegnehmen ich gucke gerade mal ja ist aber auch wo soll die reise hingehen also jetzt in zukunft noch man sieht also ein bäumchen ist nie fertig es gibt immer mal von jahr zu jahr was zu tun aber ich kann mich jetzt auch nicht wirklich entscheiden bin ich ganz ehrlich nein kann ich nicht da muss ich mir in ruhe noch mal gedanken machen bei dem ast hier geht jetzt natürlich weit rüber zu dem anderen den müssen wir tatsächlich mal draten oh mein gott ihr seht schon hier ist doch einiges zu tun an dem bäumchen dachte einfach mal eben pinzieren und fertig aber von jahr zu jahr hat man auch andere ansichtsweisen und da muss ich jetzt mal gerade überlegen wie wir da vorgehen die reise geht dann doch ganz anders als ich mir das anfangs dachte warte mal auf ist halt von jahr zu jahr ändert man seine meinung auch oder insgesamt das bild verändert sich von den bäumchen so war ich werde tatsächlich diesen hier den ich vorhin gezeigt habe ganz weg nehmen das mal auf ich halte mal die hand so dahin dann bekommen wir ja ich sag mal so eine weitläufigere ast struktur nach oben kann er noch so ein bisschen vielleicht raus wachsen aber das sind so entscheidungsfindungen die kommen von jahr zu jahr in dem sinne also ja ich werde das tatsächlich machen auch wenn es dir jetzt vielleicht nicht gefällt aber ich empfinde das jetzt so und dann mache ich das einfach mal zack ok den werden wir auf jeden fall versuchen zu bewurzeln ich schmeiße ihn erstmal ins wasser dass er nicht vertrocknet ok ja ich muss sagen das gefällt mir tatsächlich besser so das ist aber mit sicherheit noch nicht alles was hier passieren wird ich glaube es gibt insgesamt eine umstrukturierung des bäumchens wie gesagt von jahr zu jahr ändern sich auch die gegebenheiten und die empfindung von einem selber auch ja ok jetzt muss ich gerade überlegen weil das bild hier gefällt mir insgesamt nicht mehr jetzt weil hier haben wir jetzt im prinzip einzelnen ast hier unten haben wir einen einzelnen ast der sich entwickelt also diese beiden hier in dem zuge wäre interessant dieser hier auf jeden fall jetzt ist die frage lassen wir ihn wirklich weiter nach oben wachsen oder nehmen die krone raus hier nehmen wir die krone raus ok das heißt im klartext hier muss ich auch jetzt in ruhe überlegen ich nehme das bäumchen stelle es an die seite und dann gucken wir gleich nochmal was wir dann tatsächlich machen werden auf jeden fall muss ich hier unten ein bisschen putzen dass die wurzeln wieder freilegen denn ansonsten wächst das moos hier wieder komplett über die wurzeln drüber und das möchte ich auf keinen fall ok also erstmal an die seite ja es ist heute bewölkt also filmtechnisch nicht die beste situation aber egal haben wir auf wir gehen mal eben mit unserem stecki hier habe ich schon mal blattwerk reduziert damit er nicht so viel verdunstungsfläche hat in unser steckholzbeet hier rein hier sind ja schon zwei weiden und ein paar ginkgo bilober drin und den werden wir jetzt auch reinbringen hier weil ich will jetzt nicht wieder alles in töpfe packen sonst muss ich im sommer hier gießen gießen und gießen und nochmal gießen ich nehme mir allerdings mal eben stecken mit hier mach doch mal ein loch denn der ist mir jetzt ein bisschen zu bruch anfällig sage ich mal so hör mal auf machen wir das einfach ein bisschen locker hier das ganze auch tiefgründig ja ist sowieso locker aber trotzdem das schätzchen ist halt jetzt ein bisschen ja bruchempfindlich ist so ne von daher wenn wir den jetzt einfach mal hier so reindrücken zubdi wuppdi bumm zumachen und dann gieße ich den gleich ein bisschen an und mal gucken ob das was wird oder nicht weil es ist jetzt einfacher als wenn ich wieder anfange alles einzeln in töpfe zu packen nicht so einfach mit den aufnahmen heute so liebe leute okay den oberen bereich lasse ich jetzt wie gesagt bei der vorsitze erstmal und ich fange jetzt an das ganze jetzt zu säubern ich nehme eine pinzette dafür weil das hier einfacher ist naja aber ist das einfach das ist jetzt auch wieder so eine geduldsfrage ganz klarer fall hier hat sich nämlich ein schönes moospolster letztes Jahr entwickelt es ist zwar noch bräunlich aber sobald es etwas wärmer wird fängt der ganze kram wieder an zu wachsen und dann wächst mir das über die wurzeln und das möchte ich nicht ne denn der bereich soll wirklich frei bleiben frei sein ähm wir haben hier übrigens ein kleines problem bei dem bäumchen noch eins das ist ein lauter problem problem fällt aber heute hier und zwar ich mach mal weiß ich auch nicht warum ist so ne spucke läuft im mund und dann machst du das halt okay äh ich werde es versuchen das hinzubekommen dass man das nicht unbedingt immer hört so okay äh was wollte ich gesagt haben ach so problem ähm die schale ist rund hier ne bauchig in dem Sinne und äh die wurzeln wachsen natürlich hier unter den rand ne unten drunter und den später raus zu kriegen das wird eine herausforderung ohne dass wir die wurzeln verletzen dann ne ja ist so also dass du das schon mal mitnimmst ne bei solchen schalen so schön wie sie sind ne aber das ist ja Moment mal das ist dann halt äh ja muss man wissen ist so ne machst du nix aber nichts und trotz das kriegen wir natürlich auch hin so aber das mach ich jetzt mal just allein hier fertig in dem zuge könnte ich auch vom rand so ein bisschen weg nehmen vielleicht hier und da gleich was neues rein füllen ja okay hier ist auch noch so ein band ein grundstoffband ich hab das früher mal irgendwie wieso auch immer gebunden aber ich weiß nicht mehr wieso auf jeden fall ist da noch ein stück von hier also ist mir schon wichtig dass das jetzt runter kommt okay also das mach ich jetzt ganz in ruhe denn ansonsten ja dauert das einfach alles zu lange hier ne du weißt was ich jetzt mache und ich zeig dann gleich wie das aussieht wenn das fertig ist da 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 bam bam hier war jetzt wirklich geduld gefragt das ganze hat ungefähr ich würde sagen fast eine halbe stunde gedauert um das alles hier frei zu kratzen saß doch heftig was drin und das war mittlerweile also alles schon vererdet kannst du sagen ja wie gesagt woher dieser faden hier kommt ich weiß gar nicht mehr was ich damals mal gemacht habe ich hab das irgendwo dran festgebunden damals nun ja ich hab ihn jetzt soweit frei das ist okay jetzt kommt ordentlich luft wieder dran an die ganze geschichte und jetzt sehen wir so ein paar wurzel wie diese hier zum beispiel oder diese die wachsen hier im kreise ob ich die damals vergessen habe zu schneiden ich weiß es nicht auf jeden fall ist das nicht optimal auch hier können wir das sehen ich werde es einfach mal machen ne warte mal der kommt jetzt von hier und geht nach da ne den muss ich lassen wenn ich den abschneide dann ja ist die zufuhr sozusagen unterbrochen ich muss ja mal gucken pass mal auf erst mal gucken ne genau den können wir auf jeden fall abnehmen hier da haben wir auch schon wieder so eine raupe ja das ist aber auch ein ding und du ich sage dir mit diesen Raupen das sind die Larven von der Schnarke und die fressen unter dem moos hatte ich glaube ich schon mal erwähnt unter moos unter gras fressen die alles an wurzeln ab zum glück gehen sie nicht an die wurzeln von bäumen es sei denn sie sind ab verhungern ich schätze mal dann gehen sie wohl auch da dran ja jetzt bin ich mir grad unschlüssig jetzt habe ich hier schon rumgekrezt was weiß ich auch ich werde den einfach mal durchschneiden hier da brauchen wir jetzt nicht die ganze wurzel rausziehen sondern wir schneiden einfach ein teilstück ab um halt die zufuhr zu unterbrechen weil wie gesagt wenn der hier im kreise wächst das machen wir hier auch das macht nämlich echt keinen sinn hier und den auch hier und dann schneiden wir die einfach ab oder je nachdem das kann dann vergehen im topf ja man sieht also man fängt an und denkt so ach den pin ziehe ich mal eben und 1 2 3 sieht die geschichte ganz anders aus hier genau dasselbe kommt den nehmen wir auch weg hier macht ja nur echt keinen sinn die sollen doch nicht im kreise weiter sich entwickeln so wie gesagt bei dem hier das belasse ich so würde ich sagen weil der kommt von hier oben können wir vielleicht irgendwer andermal machen aber das ist mir jetzt grad zu heikel ja okay hm ich werde gleich noch ein bisschen Substrat wieder auflegen und in dem zuge kann man das sehen ja kann man ne werde ich hier den randbereich nochmal so ein bisschen lockern weil wie gesagt das ist bauchig hier und da wird später ein bisschen schwierig den raus zu kriegen und wenn wir dann jetzt schon mal so ein bisschen vorarbeiten sag ich mal in dem Sinne ne dass wir die Wurzeln gegebenenfalls hier schon sind ein bisschen ja auch durchtrennen ne das kann man einfach indem man das ganze mal anhebt so ein bisschen das kannst du jetzt von der Seite natürlich nicht sehen ne hier können wir es vielleicht sehen ja pass mal auf ich würde einfach mal hier drunter herpacken einfach ne mit Gefühl so ein bisschen ja da sind schon heftig Wurzeln drin ne das macht gar keinen Sinn hör mal auf also den müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall rausnehmen oh mein Gott aber so lange steht der noch gar nicht drin oder wie lange steht der jetzt drin oder steht der auch schon wieder zwei Jahre drin hier du ich sag halt hier so auf jeden Fall werde ich es ein bisschen auflockern um auch ein bisschen Luft reinzubringen in das ganze System hier Erdsystem ja so ist das ne mal eben pinzieren eins zwei drei bist du voll dabei so jetzt muss ich einmal Justus den umdrehen hier so und dann kippe ich das einfach jetzt ein bisschen aus und da kommt gleich ein anderes Substrat drauf was wir jetzt in der Anwendung haben kennst du schon ne aus dem Aquaristikbereich so jetzt siehst du noch mal nix okay also ja jetzt bin ich fast drauf und dran weiter zu arbeiten aber ich würde ihn jetzt nicht so gerne rausnehmen mach es mal auf was könnten wir machen was dumm ist nun wirst du nicht viel sehen können kann man das hier vielleicht sehen aber ich versuche es einfach mal ich werde mal hier jetzt mit der Schere reinschneiden um einfach den Wurzelbereich hier ja kannst du nicht viel sehen ne am Rand mal weg zu nehmen so wie es halt möglich ist muss jetzt nicht alles aber ich sage es mal so was möglich ist das nehmen wir am Randbereich jetzt weg besser ist das ne sonst werden die Wurzeln auch zu dick bis nächstes Jahr also wie gesagt was möglich ist ne muss nicht alles sein aber dann können wir schon so ein bisschen vorarbeiten ne kann man das sehen ja kann man ne so dann wurschle ich hier nochmal ein bisschen dran rum jawohl da wachsen nämlich die Wurzeln fröhlich munter im Kreise unten am Topf ne äh besuchen wir mal am Topfrand so gehen wir mal mit der Schere mal rein und schnippeln da so ein bisschen rum bumti 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 bum ja ist so was ja nix ne so aber das werde ich jetzt in Ruhe nochmal rundrum machen weil das ist doch jetzt notwendig also tatsächlich okay ja sieht schon lustig aus ne ganz rauslegen woanders in den Topf rein und kann die Wurzel weiter wachsen ja ne aber das ist mir jetzt doch wichtig muss ich sagen also mach ich auch das erste Mal aber ist halt bedingt durch den Bauch ist bitter später schwierig das Ganze hier ähm raus zu kriegen aus dem Topf wenn die Wurzeln munter fröhlich weiter wachsen und äh nun ja ist so wie es ist ne dann machen wir jetzt mal einen Wurzelschnitt im Topf hab ich auch noch nie gemacht aber okay irgendwas ist immer das erste Mal ne so das äh werde ich jetzt munter fröhlich hier weiter durchziehen ja weil das macht nur echt keinen Sinn ähm die Wurzeln so weiter wachsen zu lassen ne das ist halt so dann müssen wir mal ordentlich hier drunter packen siehst du das hier ne das ist ne ach sag halt dir doch einmal eben pinzieren und zack bumm ist der ganze Baum gleich krumm ich sag halt dir ja so ist das dann ne machste nix aber die Fusilzchen die machen ordentlich Wurzeln also da muss man keine große Bange haben und wie gesagt im Normalfall würde ich ihn rausnehmen dann jetzt aber eben dann doch jetzt nicht weil ist mir jetzt doch zu spät so okay dann schnippern wir die Wurzeln einfach hier schön weg ja so ist das ne so okay ja das sieht doch schon mal gut aus ja so ist das machste nix wir werden wahrscheinlich nicht viel sehen können ähm ja okay ich mach jetzt in Ruhe weiter es sind doch einige Wurzeln rausgekommen hollei wir halt viel sollte man nicht meinen was so am Rand sich alles entwickelt das ist übrigens auch unten drunter aber da gehen wir jetzt nicht dran mir ging es jetzt einfach darum ja ihn so weit vorzubereiten dass ich ihn später nochmal rauskriege aus der Schale ne darum ging es mir ohne dass ich mir die Schale kaputt mache und da das ist mir auf jeden Fall gelungen das äh war notwendig ja krass ne auf was äh man plötzlich ähm alles so ja kommt wenn man bei der Arbeit ist ne also ist schon krass gut ähm dementsprechend sieht das jetzt auch schon mal ganz schick aus ähm werden aber allerdings genau hatte ich ja vorhin schon erwähnt ne genau das machen wir jetzt einmal kurz jetzt im oberen Bereich würde ich auch noch gerne aber ah ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen ich zeig im Moment das äh zur freie Hand ist jetzt gerade nicht so einfach ähm ich hab so ein bisschen was gekennzeichnet so wie das hier den würde ich gerne wegnehmen aber auch noch was anderes ich würde gerne diesen dicken Ast hier wegnehmen äh kann das nochmal drehen dass wir im Prinzip weil wir haben jetzt so ich sag mal hier so eine Zwille ähm eine geht nach links eine nach rechts ne ne und der geht nach oben das ist ja ich sag mal eine weitere Entwicklung für das Bäumchen aber der hintere jetzt im Prinzip drehe das nochmal nach vorne ne ne also den würde ich ganz gerne wegnehmen ja ok aber wie gesagt da muss ich nochmal in mich kehren äh denn das sieht jetzt doch für mich zumindest schon mal interessanter aus wenn das ja ich sag's jetzt nicht stufig ist unbedingt ne aber so vereinzelte Äste die sich entwickeln ja ok laba palaba palim palim ich würde sagen ich mach ne kleine Pause und kehre mal in mich alles noch grün alles noch grün nein den Topf brauchen wir noch nicht aber vielleicht demnächst so das ist im Prinzip ähnlich wie ein normaler Teichkorb nur eben jetzt modifiziert kommen aber später zu und das coole ist hier sind so Noppen dran ähm ne die kannst du nicht ins Knopfloch machen nein nein hier kannst du runter binden aber da brauchen wir andere Bäume für so ok also übrigens herzlichen Dank nochmal ne den haben wir schon länger wie lange drei Jahre kann das sein ok fach mal auf also es geht weiter ich habe mich jetzt entschlossen ich werde den Ast entfernen nach langem hin und her immer wieder bin ich im Kreise rumgelaufen wie man das so kennt ne ich weiß die Nachbarn halten einen für plem plem ist so so das heißt im Klartext ähm zack und ab ok ähm auch den werde ich jetzt gleich äh ins Hochfeld stecken das mache ich aber alleine nehme ich euch nicht nochmal mit ne aber ich werde schon mal hier das Grundzeug reduzieren damit wir hier die Verdunstungsfläche eben ähm ja verringern ne reduzieren heißt ja verringern lol besser ist das ne ansonsten wird der gleiche Welk und das wollen wir eben auch nicht also reduzieren wir das Ganze und dann stecke ich den gleich einfach ins Beet ne ne mehr schneide ich nicht komm einmal kurz ins Wasser achso da müssen wir noch einen rausholen gleich siehst du wohl da haben wir heute wieder ähm ja mehr gemacht als wir eigentlich wollten in dem Sinne bei dem Bäumchen jetzt hier ja ist so machst du nix ne also was soll ich sagen ja ich bin zufrieden ich bin wirklich zufrieden damit mit dem Ergebnis jetzt das sieht wirklich klasse aus ähm insgesamt weitere Strukturen müssen wir gucken wird sich auch verändern definitiv das steht jetzt schon fest aber heute nicht ne nicht alles auf einmal das muss nicht sein ähm jetzt pin ziehe ich den Rest eben noch zu Ende hier und dann können wir uns überlegen inwieweit wir welchen Ast heraus wachsen lassen ne müssen wir gucken das ähm bringt die Zukunft so im oberen Bereich nehme ich jetzt den Pin ziehe ich auf jeden Fall hier der so in den Bereich geht ähm ähm jetzt könnten wir aber auch was nach oben wachsen lassen um hier oben nochmal äh etwas in eine Richtung am besten wäre natürlich nach hier nach dir in dem Sinne jetzt ne wäre schon interessant hm aber ich darf ihn jetzt auch nicht zu stark oben wachsen lassen weil sonst könnte es auch wieder sein dass er etwas anderes vernachlässigt als ein Fosyts hier ein bisschen bekannt für also werden wir hier auch zurückschneiden ähm aber wir lassen dieses Mal dann so zwei Blattpaare stehen ein bis äh nicht ein bis zwei sondern zwei bis drei in dem Sinne da müssen wir jetzt auch nichts aussortieren das kann erstmal dann sich weiter entwickeln und dann entscheiden wir später wie wir mit dem Kronenbereich hier weiter vorgehen ne das ist so jetzt die Theorie von mir ne aber mal gucken wir können den ja auch nach oben lenken später das ist so wohl dann hätte ich den aber besser nicht pinziert aber egal ähm so ist das dann ne eins nach dem anderen wir haben ihn einen Schritt weiter gebracht obwohl man eigentlich hätte denken können oh der ist ja schon fertig aber du siehst Bonsai hm ist äh ja in dem Sinne nie fertig so jetzt kommt noch eben ähm eine neue Schicht Substrat drauf wir werden dieses Substrat verwenden ohne Kokoserde einfach um es auszutesten das ist jetzt so eine Verfahrensweise einfach mal machen ne just for fun denn das ist auch wieder learning by doing ich bin mal gespannt wie das ähm ja sich zeigt in der Praxis dann ne ob das gut ist oder nicht gut ist oder wie auch immer das ist auch wieder so ein Lernfaktor ne ganz klarer Fall aber ich probiere gerne mal ein neues aus und ähm sieht es schon mal schick aus das ist schon mal cool ne auch wenn du jetzt nichts mehr sehen kannst so ok da bin ich echt mal gespannt wie sich das zeigen wird der einzige Nachteil ist ähm es glänzt auch wenn es trocken ist das heißt man weiß nicht so genau wann man gießen muss ne nun ja aber wie gesagt learning by doing wollen wir mal gucken wo die Reise dann jetzt hier mit dem Bäumchen weiter hingehen wird auf jeden Fall gut dass ich dann doch jetzt mal etwas ja tiefgründiger in die ganze Materie hier reingeguckt habe und jetzt holen wir uns das äh Schätzchen aus dem aus dem genau aus dem Wasser und nun kommen wir ja zu unserem Schätzchen was echt gelitten hat muss ich sagen also richtig heftig wir werden ihn nicht in den Topf pflanzen das steht definitiv schon mal fest ähm ich werde mal gucken ob ich das so nein hinbekomme so dass wir das Tote ich sag mal in dem Sinne ne abgestorbene abnehmen aufpassen dass ich alles ins Bild halte in das Bild halte so ok tasten wir uns langsam ran an die Geschichte hier also alles was jetzt kaputt ist das kommt erstmal weg wir haben schon noch einige Wurzeln aber eben nicht so ja ich sag mal dass es genial ist oder gut ist sondern das sieht überhaupt nicht gut aus ne also hier ist echt leider leider irgendwas schief gelaufen so ist das ne kann nicht alles einfach mal in die Kamera gucken Detlef kann nicht alles grad laufen ist halt so das gehört auch dazu ähm wichtig ist halt nur dass man vielleicht dann wenn sowas passiert weiß wie man eingreifen kann ne so mal eben gucken jetzt noch die eine dicke äh gut kann ich auch abknacken geht auch ne knack doch einfach ab genau so ok komm mal auf in dem Zuge kürzen wir die Wurzeln ups Wurzeln jetzt auch ein und wie gesagt er kommt nicht in eine Schale nicht in einen Topf nicht in einen Trainingstopf oder Trainingsschale oder was auch immer sondern wir werden das Schätzchen gleich einbuddeln das ist dann hier wesentlich besser für das Bäumchen ok also wir haben noch lebenden Bereich hier ne das zieht schon mal im Handwerk nehmen sonst äh ist das unterbelichtet wir haben schon noch lebende Bereiche aber eben nicht optimal ne so ich werde dann auch in dem Zuge hier oben die Wundverschlusspaste abnehmen das hat also auch nicht funktioniert ja so ist das ne kann eben nicht alles glatt laufen so ok das ist dann doch besser wenn das hier abtrocknen ah immer die Hände weg ja ist mit der Belichtung nicht so einfach ne das ist besser wenn das abtrocknen kann hier ne und nicht mehr feucht bleibt ist oder wie auch immer ich will mal überlegen ich überlege gerade ich will mal überlegen meine Güte ich bin gerade so ein bisschen ne mach mal auf nein doch mach mal auf ein bisschen was nehmen wir doch weg weil das macht jetzt auch nicht wirklich Sinn hier wenn wir in die Kamera gucken alles ok so den nehmen wir ab hier den kürzen wir auch ein und den dicken Stummel hier auch da wird sowieso ich sag's mal sowieso ich sag's mal sowieso oh das flog jetzt aber vier Meter oder wie Waldfee es wird sowieso in dem Bereich hier irgendwo aufgebaut werden später ne also nicht hier von hier irgendwo oder so sondern was sich hier entwickeln wird ne da werden wir dann später neu aufbauen aber das wird dauern nun ja das heißt im Klartext ab ins Hochbeet würde ich sagen ja so ist das gehört auch dazu ne das gehört alles dazu ok lockern wir den Boden noch ein bisschen auf hier und dann pflanzen wir das Schätzchen jetzt ein und dann hoffen wir mal wir pflanzen jetzt aber nicht zu tief weil wenn man jetzt bis hier einpflanzen würde ne dann würde er hier wieder neue Wurzeln schicken und das wollen wir jetzt nicht unbedingt so dann soll schon sich hier im unteren Bereich konzentrieren ne so genau passt wunderbar so dann schieben wir den Kram einfach zu hier und halt nicht die Ginkus abbrechen rütteln und schütteln leicht andrücken und dann machen wir so einen kleinen Kranz hier drum rum damit wir den ja auch mal einzeln gießen können und vor allen Dingen jetzt auch mal einschlemmen ne so das ist nämlich schon ganz wichtig dann kann ich auch da hinten mal eben den ja Stecki Steckholz den wir da reingesetzt haben mal eben angießen so ruhig kräftig einschlemmen und dann hoffen wir mal dass wir ihn im nächsten Jahr wieder rausnehmen können und er sich fröhlich und munter präsentiert naja schauen wir mal das gehört jetzt nicht mehr dazu aber ich muss es fertig kriegen deswegen mache ich das heute pass mal auf ich habe hier diese Kastanien die ich unter einen Kastanienbaum her gezogen habe deswegen ist da auch nicht viel Wurzel dran aber aus Erfahrung weiß ich schon dass die das schaffen können wir sehen das Laub ist immer noch schön grün ne so okay was machen wir jetzt damit die pflanzen wir einfach ein und fertig ne als allererstes kürzen wir mal die Pfahlwurzel ein so dass wir das schon mal gemacht haben dann nehmen wir uns ein Draht wir können übrigens jetzt ganz viele verschiedene Sachen machen ich gucke mal eben was ich so ungefähr brauche dafür Pi mal Daumen können wir immer ein bisschen mehr nehmen was mehr ist musst du übrigens nicht abschneiden das kannst du dran lassen weil du kannst den Draht später wenn er abgemacht wird wiederverwenden nicht vergessen so okay dann legen wir den Draht einfach an hier und wickeln den jetzt im 45 Grad Winkel um das Bäumchen ja ist schon ne weil wenn du den jetzt so einpflanzt hast du eine gerade Stange und das ist in der Optik her für den Bonsai nicht so der Burner deswegen machen wir das jetzt einfach mal so der sagt er kannst du länger machen und hat ihn doch noch zu kurz gemacht aber egal kommt so okay jetzt habe ich ihn schon gebogen haha lol nee so sieht das natürlich nicht aus klar ne das heißt ich gucke jetzt mal wie mir das gefallen würde ich biege ihn jetzt einmal so aber nicht nicht so biegen kannst du auch machen klar geht auch ne kannst du so machen so und so und ne ist möglich das ist ein junger Seemling in dem Sinne der dürfte jetzt warte mal ich gucke mal eins im ersten Jahr treiben ja eins zwei drei oh da geht ins vierte Jahr schon so also das ist natürlich Quatsch ne das sieht nicht aus wenn es dir gefällt kannst du gerne machen ne also machen eine leichte Biegung ne eine leichte Biegung und noch eine leichte Biegung und noch eine leichte Biegung das kann man auch ein bisschen nachjustieren wenn man möchte ne so genau einmal so und dann gehen wir hier ein bisschen nach da und dann ist das soweit erstmal so okay dann halten wir den mal so und dann ist er wieder gerade siehst du wo ich kann zaubern gut dann gehen wir jetzt hier auch so ein bisschen in die Biegung einmal so einmal so wie es einem gefällt ne das muss man dann halt gucken von der Struktur her so jetzt haben wir ihn rundherum so ein bisschen gebogen da zieht sich später auch nochmal raus aber man hat dann also das heißt er versucht sich wieder ein bisschen gerade zu ziehen schafft er aber nicht mehr ganz ne und dann hat man so ein bisschen Bewegung in dem Stamm drin das wäre jetzt so die eine Möglichkeit in dem Zuge kommen jetzt allerdings die Blätter ab warum weißt du schon ne genau Verdunstungsschutz so ich schmeiße ihn wieder ins Wasser man kann das auch noch ein bisschen extrem machen wenn man möchte das kannst du auch mal so machen wie es dir gefällt das kannst du machen wie es dir gefällt ne da ist alles möglich alles lass deine Gedanken frei im Lauf ne also ja okay wenn wir jetzt einen dickeren haben dann müssen wir einen dickeren Draht nehmen ne ganz klarer Fall aber das werde ich jetzt nicht machen wir werden jetzt auch nicht alle gemeinsam machen ich zeige dir nochmal so eben ja einmal die Wurzel die Pfahlwurzel zurückschneiden er hat also von hier Wurzel bis hier das ist okay das reicht vollkommen aus in dem Zuge bei dem würde ich das jetzt allerdings interessanterweise hat er hier unten gar keinen Knostenansatz gar keinen Knostenansatz sondern erst hier oben ja okay den schmeiße ich erstmal so ins Wasser wieder rein da weiß ich noch nicht so genau was ich damit mache deswegen einfach so ne nehme ich mir den nächsten und guck mal was der mir zeigen möchte oh guck mal der hat schon eine schöne Biegung hier unten tada ne von ganz alleine so hier auf jeden Fall auch schon mal die Wurzel einkürzen der Pi mal Daumen könnte man jetzt sagen so die Hälfte ungefähr aber ist abhängig davon wie viele Wurzel du unten dran hast ne wenn du rausziehst oder rausgräbst und hast nur so ein Stück Wurzel ey dann nichts mehr machen ne dann musst du das so lassen ja schon interessant eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht oh der ist also wenigstens acht Jahre alt kaum zu glauben ne aber wahr das ist schon krass ist das also ja okay warte mal auf dann schneiden wir erstmal die Blätter ab hier und ja wie gesagt man kann machen was man jetzt mit will ne man kann ihn auch so einpflanzen so warte mal auf man kann ihn auch so einpflanzen ähm ich will mal gucken ob ich das hinbekomme wir könnten nämlich rein theoretisch noch was ganz anderes machen ich deute es zumindest jetzt mal an ich muss das gleich alleine machen sonst ähm ja werde ich hier nicht fertig weil ich habe noch andere Sachen zu tun heute pass mal auf nach Möglichkeit sollte man gleich dicke nehmen die habe ich jetzt allerdings nicht guck hier habe ich die Wurzel schon ne ich nicht die wurde abgeknabbert oder so ich schneide es mal eben nach hier ja okay ne also hier kürzen wir nicht mehr um die Hälfte ein dann wäre Blödsinn ne so aber auch hier nehmen wir das Laub schon mal runter so da leh ich deute das jetzt mal an sag mal auf und zwar nehmen wir jetzt mehrere Bäumchen so ne das können ruhig 10 Stück sein wie du willst ne und setzen die zusammen gucken dass der Wurzelansatz gleiche Höhe hat und in dem Zuge werden die dann gemeinsam so eingepflanzt das Ganze wird umbunden also allerdings nicht mit Draht sondern mit irgendwas anderem da muss ich mir mal was überlegen pass auf ich schmeiß die erstmal ins Wasser vielleicht hast du ja auch eine Idee wie wir da vorgehen können ich denke mal du weißt was ich jetzt damit meine und auch die anderen schmeiß ich jetzt erstmal wieder ins Wasser weil da können die ein paar Tage drin leben sollte nur nicht zu Jauche werden das Wasser ne ganz klar und von daher schauen wir mal vielleicht hast du ja eine tolle Idee ne wäre ja ganz witzig da ist ganz viel möglich gibt es ganz viele Möglichkeiten so okay dass ich das schon mal angetiggert habe wenigstens und die ich jetzt gerade gemacht habe die Pflanze jetzt einfach mal ins Hochbeet da muss aber jetzt nicht mehr mitkommen denn das haben wir ja vorhin gesehen jetzt kommen wir zum Ende Tara und es steht ein Bäumchen da ein Urweltmammutbaum Redwood mit der Sequoia Glyptostroboides wissen schon wir können die ganz einfach vermehren durch Steckholz ja das kann man jetzt auch noch machen ich mache es vielleicht noch ich weiß es noch nicht aber ich möchte mit dem Bäumchen was anderes machen der steht ja nun mittlerweile hier im Topf der ist auch durch ein Steckholz vermehrt worden damals wir haben damals auch einen Kopf abgeschnitten und einfach mal ins Hochbeet gesteckt sehen wir dann auch aber nicht in dem Film sondern in einem der nächsten Filme aber ganz bald denn es ist wieder das höchste Eisenbahn da wirklich was mit zu machen und ich hatte anfangs gesagt da steht was und das hat damit auch zu tun wieso weshalb warum das werden wir dann sehen ich habe zweimal glaube ich versucht die Thematik mit Bonsai anzugehen beim Mammutbaum Urweltmammutbaum Meta sequoia Glyptostroboides aber das hat mir ist mir nicht geglückt aus Pflegefehlern ja den einen habe ich vertrocknen lassen der andere ist glaube ich mal übernässt worden stand zu lange im Wasser nun ja aber ich möchte es nochmal angehen ich habe noch ein paar andere hier rumstehen die ich dazu heranziehen kann aber hier möchte ich etwas ganz besonderes mitmachen abgesehen davon dass wir ihn umtopfen werden auch und noch was anderes aber wie gesagt das verrate ich jetzt noch nicht so ganz vielleicht kannst du es schon erahnen hat auch etwas mit Red Bull zu tun du sagst wahrscheinlich hä? ja nein wir werden ihn nicht damit düngen nein das machen wir nicht nein nein auf keinen Fall wir machen eine andere Geschichte damit da bin ich einfach mal gespannt du mit Sicherheit jetzt auch ja wieso weshalb warum ähm ich bin selber ja wie soll ich sagen interessierter daran ob das funktionieren kann ne und deswegen würde ich sagen verabschiede ich mich jetzt von euch meine lieben Bodensein Freundinnen und Freunde ja ob nur Großbaum oder Kleinbaum ne auf jeden Fall müssen wir ihn umtopfen das werden wir auch machen in dem Falle dann auch mal die Oberfläche säubern wobei ah oder ich nehme einen anderen dafür warte mal ich habe ja noch einmal den gedrehten da vorne da stehen auch noch welche oder machen wir hier direkt Bonsai ach und noch ein anderes Experiment oh man es gibt viele Möglichkeiten ähm mit diesen Bäumen etwas zu machen ne abgesehen wir haben hier eine ganz große Klamotter da vorne stehen dass man sie im Topf also auch ganz groß werden lassen kann wenn man sie gut versorgen kann ne da kann man übrigens auch do it yourself Selbstbewässerung machen im Sommer wenn es richtig heiß wird auch für große Töpfe ne da gibt es ganz einfache Methoden dass man dann auch mal in Urlaub fahren kann oder Wochenende zumindest mal wegfahren kann ohne Angst haben zu müssen dass der große Baum dann plötzlich äh in einer schönen Bräune erscheint wenn man nach Hause kommt ne man selber freut sich drüber aber der Baum wahrscheinlich eher nicht so meine Lieben äh äh ist interessant was heute sich so gezeigt hat hab ich nicht mit gerechnet ich hatte was ganz anderes vorgehabt aber okay jib 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 es macht auf jeden Fall mega viel Spaß und da lassen wir uns überraschen ja der gedrehte der steht übrigens da ne steht da sind ja soweit ich weiß zwei miteinander verdreht ich weiß nicht ob das jetzt einer war der eine Zwille war oder ob das zwei sind da gucken wir auch dann in dem Zuge nach dann machen wir tatsächlich mal einen Urwelt Mammutbaum Film ich zeig dir mal eben wo der kennst du übrigens noch die Hecke weißt du noch wie ich die damals geschnitten habe ne da haben manche gesagt das geht nicht das kann man nicht machen ja guck mal ne äh eigentlich müsste ich es schon wieder schneiden aber im Moment schaff ich es nicht so äh wo ist er denn ach da steht er doch schon ne ne das ist er nicht nein da hinten hinter dem Apfelbaum hinter dem Apfelbaum da vielleicht kannst du ihn erkennen da steht er das war ein großer Kopf den habe ich da einfach reingesteckt in das Hochbeet ne und ja auch den würde ich sagen holen wir dann raus und bereiten ihn weiter vor zu was auch immer entscheide ich dann spontan weil da kann ich jetzt noch nichts zu sagen sonst kommt hinter sowieso wieder alles anders als gedacht auf jeden Fall machen wir mal einen kleinen Mammutbaum Film den Urwelt Mammutbaum mit der Sequoia Glyptostroboides den Redwood Redwood Wood genau Redwood ja mit Red Bull lol und r und r r r r r r r Vielen Dank.